okay dann machen wir das mal vielleicht gehen wir dann so ein bisschen tiefer in den wald um vielleicht dann auch noch doch noch irgendwie was zu finden was wir in unseren garten pflanzen können so kräuter oder sowas oder beeren die man essen kann also die schwarzen bären kann man nicht essen hallo war da jemand dieser wind das ist schon stimmungsvoll wie nur zwei holzblöcke du willst mich doch verarschen das war ein riesiger baum ja lass alles fallen ich habe jetzt keine zeit für dich such jemand anders zum spielen die werden immer mehr ich glaube ich sollte mein feuer anzünden da 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 wie viel holz brauche ich 82 stück da bin ich ja bis morgen beschäftigt so zünden wir das erstmal wieder an und machen dieses unkraut hier weg echt so haben wir wieder ein bisschen unsere ruhe hoffe ich mal so 82 holzplöcke das ist natürlich heftig und es dämmert verdammt die nacht bricht ein deswegen sollte ich eigentlich jetzt schnell machen so schnell wie möglich das gewittert schon wieder sagen das ist echt ein pisswetter hier in der forest nein ich schmeiße es einfach hier runter zum glück kann ich mir nichts brechen so wir bauen unser haus dann sind wir richtig glücklich wir holzen den ganzen wald ab schmeißen wir das hier runter nein mein holz jetzt ist es natürlich weg oooooh ok wir schmeißen es nicht da runter jetzt sind wir auch wieder ein bisschen klüger wir schmeißen kein holz da runter weil sonst ist es weg irgendwo war doch hier noch einer oder habe ich den schon geholt ich habe echt alzheimer ah da oben ist noch einer warum auch immer ist da oben einer liegt halt einfach hier rum oh nein es ist dunkel es tut sicherlich weh wenn ich hier runter springe oder nein oh mein gott ich sehe ja gar nichts mehr ja dann würde ich mal sagen zur abschreckung zünden wir das hier wieder an und legen uns schlafen so gute nacht es ist wieder mitten in der nacht sternenklarer himmel und ich bin wieder wach warum ich will nicht wach sein ich will schlafen gute nacht hey warum muss ich mal aufwachen Feuer brennt noch alles brennt noch jetzt schlaf doch einfach weiter soll ich jetzt in der nacht holz hacken gehen das ist doch schwachsinn es wird noch immer nicht Tag toll wir sollten mal hier um unseren Garten ein bisschen aufräumen und ich hab Hunger verdammt der Hasen immer die sind so flink bleib stehen Mist ich sehe nichts mehr da hinten steht doch einer wieder und starrt mich an ich sollte mal was trinken wie viel ja jetzt lass mal den hier das Pedometer angucken so wir sind schon 3796 Schritte gelaufen und es ist 90 Grad geht eigentlich so kalt ist es gar nicht und da steht wieder einer im Wald und schaut mich an hau bloß ab verzieh dich was was ok alles gut alles gut nur keine Panik ich kann in Ruhe weiterhacken und an meinem Bauprojekt festhalten na komm jetzt rechts zack sehr schön nur nicht da runterrollen ja ihr bleibt da oben schön und ich kümmer mich darum ich höre euch schon wieder zum Glück kommen sie nicht in Rudeln aber ich brenne trotzdem mal wieder hier schön meine Abschreckung Hase Hase verdammt ich hasse die Hasen so schnell ich hab Hunger was 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 nimm doch den Stor äh den Stamm Gott ich hab grad wieder ein Herzkasper gekriegt Abkürzung oh yeah uns fehlen nur noch äh oh Gott 72 Stämme oh Gott das kann sich nur noch um Jahre handeln ah da unten ist sogar einer was macht der denn da ist der da oh meine 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 ich will ja nicht sterben ne so jawoll jetzt fehlen nur noch 71 yay ich glaube das werde ich nicht nur in einer Folge einfach so zocken jetzt verpacken weil das ja schon länger dauert hier ihr könnt ja mal in die Comments schreiben wie ihr eigentlich dieses Spiel findet ist das äh habt ihr es selber schon gekauft und zockt ihr es selber also ich oh also ich äh ich finde es geil sehr stimmungsvoll die Grafik ist sehr schön ja gut es hat noch Bugs aber es ist ja eine Alpha deswegen sollte what the fuck erschreck mich doch nicht so Schlampe nichts wie weg hier jetzt gehe ich doch noch drauf so wo 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 sind meine anderen Stämme meine Stammesbrüder hallo verdammt das war doch mehr ich hasse es dass es immer wegrollt ich habe Hunger verdammt ich brauche einen Hasen habe ich noch etwas Fleisch muss mal gucken so lass mal Lugi Lugi machen nein kein Fleisch also müssen wir auf die Jagd gehen die Eidechsen haben wir jetzt schon alle gekillt hier gibt es nur noch Hasen wo sind meine Hasen ja gut wir könnten auch ein bisschen Diät machen ich meine wir sind fett ha erwischt was ist hast du auch Hunger oder was kriegst aber nichts ah noch ein zweiter Hase äh kopf bin ich jawohl sehr schön ja eat a rabbit eat a rabbit eat a rabbit zwei rabbits eat zwei rabbits äh komm schon ich will ach diese Nacht die dauert echt ewig wieder ich habe so das Gefühl dass der Tag schnell rum geht und die Nacht die dauert immer ewig ich habe Hunger jetzt also geht doch alles klar alle beide Rabbids gespachtelt dann geht es weiter da unten ist einer da ist einer ja ja ich weiß ich ziehe euch an aber ich stehe nicht so auf glänzende nackte Frauen ich bin der begehrteste Junggeselle hier das ist mir schon klar aber nee nee du kann ich ja gleich eine Nacktschnecke knutschen und die ist wesentlich angenehmer nein nicht da lang wieso immer da lang flieg doch einfach mal in die andere Richtung und da fliegen sie rum hau ab ich will nur an meinem Stamm verschwinde von dir will ich gar nichts wehe es greift mich jetzt einer an wehe ich muss hier arbeiten Nachtschicht Junge Nachtschicht ich glaube ich zünde das Ding mal wieder an dann verpissen die sich auch wieder sind sie wieder abgeschreckt wer hat gesagt ich will einen Stock ich will den Stamm der Mond ist aufgegangen weg stört mich nicht bei meinem Bauprojekt stört mich nicht hier Wichser was ist ich habe echt Angst jetzt langsam ich glaube ich lege mich jetzt wieder ein bisschen hin so ein bisschen ausruhen und so wäre nicht schlecht die Nacht ist noch immer nicht vorbei das gibt es doch nicht wie sieht es denn in meinem Garten aus leider gar nicht gut weil ich keine Samen finde ich brauche essbare Beeren was ist denn das hier von Unkraut weg ah es wird Tag die Frühschicht beginnt ich weiß was ich jetzt mache das geht mir tierisch auf den zack dass ihr dauernd hier auftaucht verpiss dich zack na komm her so sieht es aus die hat ja gar keinen Arsch in der Hose die hat ja auch gar keine Hose ich baue jetzt hier nochmal so ein Teil so taktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktak so fehlen mir nur noch ein paar Köpfe willst du mir vielleicht deinen Kopf geben ja Ja, das finde ich aber nett. Schlampe. Was zum Geier? Warum bin ich gerade so hochgehüpft? Seit wann kann man überhaupt hüpfen in dem Spiel? Das war ja witzig. So, ein Kopf fehlt mir noch. Ah! Du willst den Kopf verlieren. Ja, dann komm her. So. Was zum Teufel? Nein! Was war das? Ich brauche den Kopf. Bleib hier. Oh, da unten ist noch. Egal. Das habe ich jetzt nicht kapiert. Was war denn das? Egal. Jetzt baue ich das hier oben hin. Und habe noch eine Abschreckung. So, und dann kann ich hier jetzt in Ruhe weiter Holz fällen. Hoffe ich mal. So. Zack. Das ist schon übertrieben, so viel Holz jetzt zu hacken. Früher habe ich ja gedacht, dass man 63 Schläge braucht jetzt, um diesen Baum zu... Diesen... Was... Was war denn das? Der war ja... Das war ja ein Bananenbaum, war das. Der war ja krumm wie eine Banane. Also wenn er zu weit runterfällt, dann tut er sich schon weh. Also so ist dann auch nicht. Ich sollte hier eine Treppe hinbauen, dass ich immer so hochlaufen könnte. Ach ja, jetzt ist es schon zu spät. Aber das kommt alles noch. Weil jetzt bin ich gerade voll im Baufieber. Ich will einmal jetzt alles so schön gebaut haben und gesaved haben und nicht, dass ich sterbe und so. Ich hoffe es. Ich habe ja jetzt mehrmals schon geschlafen. Das speichert ja dann. Das finde ich ja sehr geil. Was das jetzt endlich speichert. Sind die vielleicht S-Bar? Oh! Ah, die sind S-Bar. So. Vielleicht kriege ich dann... Wenn ich die nicht nur essen würde, vielleicht kriege ich auch irgendwie, dass ich das anbauen kann. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Naja, gut. Bauen wir weiter an unserem Projekt. Also, für mich noch immer die beste Holzfäller-Animation, die ich jemals in einem Spiegel gesehen habe. Echt. Also, das meine ich ernst. Das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Ah, immer fällt es in den Wald. Oh, was? Was ist das? Oh, was ist das? Das kann ich vielleicht pflanzen. Und das vielleicht auch. Oh, schöne Blumen, du. Ja, gut. Essen tun wir jetzt nicht. Hier liegt auch noch ein Koffer. Wir müssen uns auch mal überlegen. Gut, es gab jetzt Beeren zum Frühstück. Das passt ja. So. Äh. Ja. Sehr schön. Mal gucken, ob ich das jetzt pflanzen kann. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Okay, wir müssen uns in den Wald begeben und gucken, dass wir jetzt hier so ein bisschen Zeug finden, dass wir in unseren Garten anpflanzen können, damit wir natürlich auch, ja, nicht die ganze Zeit auf die Jagd gehen müssen wie so ein Beklopter. Und da hinten sprinten schon wieder irgendwelche Eingeborenen rum. Äh, ja, so. Wie viel fehlt uns noch? Oh, genug. 60 Bäume noch. Baumstämme. Boah, das ist ja ein Riesenbaum. Junge. Mit seiner Wurzel und so. Wie majestätisch. Wie unzerstörbar er ist. Den kriege ich niemals gefällt. So. Los geht's. Na. Ha. Huh. Hi. Ha. So. Ja, also. Wie gesagt. Wieder ein Bananenbaum. Jeha. Wie sie rumfliegen. Was ich auch voll cool finden würde, ist, wenn man die Baumstämme quasi noch selber in kleine Häppchen zerhacken müsste. Also der Baum liegt halt so da und dann müsste man halt jetzt noch so kleine, noch so zwei, dreimal draufhauen und dann werden die erst zu solchen Teilen. Aber ja. Das sind alles nur so Ideen und so und vielleicht setzen sie es ja um. Keine Ahnung. Potenzial hat auf jeden Fall dieses Spiel. Das allemal. So. Ich weiß nicht. Der Baum wird wahrscheinlich jetzt schneller fallen. Wir holzen den ganzen Wald ab. Das ist eins, was sicher ist. Mhm. Na. Na. So. Äh. Äh. Nein. Toll. Zack. Nein, 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 nein. Du bleibst hier. Oh. Oh. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ja. Ich hab Holz. Du darfst mich nicht angreifen, wenn ich Holz hab. So, jetzt komm her. Jetzt, wo bisch? Komm her, komm. Ja, jetzt bist du nicht mehr so stark, gell? Wo auch immer du sein magst. Das dauert alles viel zu lang, bis wir unser Häuschen fertig haben. Es sieht aber schon gut aus. Muss schon ganz ehrlich zugeben. Es macht Spaß. Ist denn da jetzt schon irgendwas gewachsen? Hä? Wie jetzt? Da ist doch gar nichts. So, jetzt scheine ich irgendwas gepflanzt zu haben, oder? Oder was geerntet zu haben. Hä? 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 Äh. Vielleicht backt das auch nur rum. Weil es halt im Gras steht. Ich hab auch gehofft, dass das eigentlich weg geht hier. Das Gras. Das schimmert ja hier so durch. Oh, ich bin erschöpft. Oh, das sieht ja nice aus. Das Wasser läuft hier so schön runter. Oh, schon ist es wieder fertig mit dem Regen. Okay, äh, ich bin durstig. Das war die letzte Cola. Muss ich mich jetzt auf den Weg machen, dass ich irgendwas zu trinken finde. Hm. Gleich mal hier ein paar Beeren essen. Und hier etwas Ding mitnehmen. Nein. Eigentlich wollte ich das nicht. Ich suche doch eigentlich nur was zu trinken. Oh ja, das nehme ich auch mal mit. Blumen. Schöne Blumen dann vor unserem schönen... Regenschirm und so. Kann ich da irgendwas gebrauchen? Schuhe, Regenschirm. Hier sind so abschreckende Beispiele. Ist das eine Falle? Wenn ja, ist das ziemlich primitiv. Sieht ja ja, ein Blinder mit Krückstock. Äh, schon gedacht, jetzt fliegt irgendwas runter. Patz, ich bin tot. Das wäre übel. ich mache das. Okay. Ich mache das.